Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Josel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das ist wahr, die neuen Befehl, die das Leipzig! Der Angriff Steiner hat mit Belogen! Der Angriff Steiner hat mit Belogen sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niedersträchtiger Treue unserer Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ich sage Feindlinge, verreilt ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist ein Geschmack des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Mr. Gabel hält! Jahrelang hat das Militäremalationen nur verhindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg geleckt! Es hat der Kump daran getan, von jahrelang alle Höroffiziere liquidiert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich das Geld ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich das in Berlin verlasse, dürfen Sie sich gewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! But ich habe das Geräusch! Dann ist es unter diesem Fall! Dann ist du kurz ein Geist! Und dann sind wir uns auch hier! Dann sind wir uns alle 세 번째 Anna.